Unzählige Bücher, Reisen in die Berge Japans und Gespräche mit japanischen Priestern später ist es nun endlich soweit und ich kann euch nach jahrelanger Beschäftigung und Forschung mein erstes Buch präsentieren. Es handelt grob gesagt von japanischer Mythologie und dem Einfluss dieser auf den modernen Japaner. Warum reinigen Japaner sich so gerne? Warum gehen sie so oft in Schreine? Glauben sie wirklich an all die Götter, die in ihnen verehrt werden? Was hat es mit dem Ahnenkult in Japan auf sich? Und warum darf es eigentlich keine Kaiserin in Japan geben? All diese Fragen werden sich auflösen, wenn du mein Buch liest und das mythologische Fundament genauer verstehst, welches der japanischen Kultur und Gesellschaft zugrunde liegt. Mein Buch kann man über den ersten Link in der Videobeschreibung vorbestellen oder vielleicht sogar auch schon direkt kaufen, je nachdem wann du das Video siehst. Es ist überall vorbestellbar, nicht nur auf Amazon und das E-Book wird kommen, wenn es nicht sogar schon da ist, mit dem Veröffentlichungstag des Buches. Damit man aber auch weiß, was in dem Buch eigentlich genau behandelt wird, habe ich gedacht, wir schauen uns das Inhaltsverzeichnis mal ein wenig genauer an heute. Ich habe generell beim Schreiben darauf geachtet, dass es eine einfache, verständliche Sprache ist. Also auch für absolute Japan-Anfänger ist das Buch geeignet, selbst wenn man überhaupt keine Ahnung von Japan hat. Alles wird ganz genau, ganz langsam und vor allem hoffe ich verständlich erklärt. Ich habe auch geguckt, dass es nicht zu trocken ist, sondern dass die Erzählungen lebhaft sind, haben einige von meinen Erfahrungen auch natürlich dann mit eingebracht und interessante Theorien immer wieder eingestreut, die in Japan so umherhausen und bei denen sich viele Leute fragen, stimmt diese Theorie oder war es vielleicht doch anders? Also Japan ist auch voller Rätsel und das versuche ich in diesem Buch auch rüberzubringen. Generell war das Ziel, das Interesse an Japan noch mehr zu stärken, wenn man dieses Buch gelesen hat. Und vor allem auch mal Einblick in Bereiche zu bekommen, in die man normalerweise keine Einblicke bekommt oder von denen selbst der Standard-Japaner nicht wirklich Ahnung hat. Und so gewinnt man natürlich auch Einblicke in das wahre Japan, abseits von den Klischees, die natürlich auch in den Medien, auch in den deutschen Medien gerne herumgeistern. Das heißt, ich bin der Meinung, wenn man das Buch gelesen hat, versteht man die japanische Kultur und Gesellschaft wesentlich besser. Man bekommt einen Einblick in das wahre, wirkliche Japan. Und wenn ich meinen Job mit dem Buch gut gemacht habe, dann hat man danach richtig, richtig lustig, mehr mit dem Thema zu beschäftigen und vielleicht auch mal eine Japan-Reise zu machen. Nun aber genauer zum Inhalt des Buches. In Kapitel 1, der insgesamt sechs Kapitel des Buches, schauen wir uns so ein bisschen an, was versteht man eigentlich unter japanischen Mythen, auf welche Schriftwerke wird dort Bezug genommen, wie ist der japanische Gottbegriff eigentlich zu verstehen, sind das so Götter, wie wir die aus der katholischen Kirche meinetwegen kennen, beziehungsweise da gibt es ja eigentlich nur einen, oder was hat es damit eigentlich auf sich? Das heißt, erstmal so eine kleine Einleitung darin, was ist japanische Mythologie eigentlich? Gehören da auch die ganzen Geister und Fabelwesen zu? Oder vielleicht doch nicht? In Kapitel 2 schauen wir uns dann den Inhalt des sogenannten Kojikis an. Kojiki ist das älteste offizielle Schriftwerk Japans und das Schriftwerk, in dem all die Gründungsmythen und wichtigsten Legenden Japans stehen. Damit man auch mal so einen Überblick hat, was kommt eigentlich in so japanischen Legenden vor, habe ich da eben die wichtigsten genommen und euch diesen Mythen-Teil versucht wiederzugeben, gemischt mit interessanten Analysen, was das wirklich für Japan bedeutet haben könnte, wo sich das in Japan alles abgespielt haben könnte und was diese Legenden uns vielleicht bis in die heutige Zeit überliefern wollen und mitteilen wollen. Das heißt, es ist nicht einfach nur die Mythen dahin geklatscht, ganz trocken, sondern ich habe versucht, das Ganze ein bisschen lebhaft zu machen und interessante Theorien und Analysen noch mit einzustreuen. Nachdem man in Kapitel 2 einen schönen Überblick darüber gewonnen hat, was inhaltlich gesehen japanische Mythen eigentlich sind, schauen wir uns dann ein wenig den Kaiser an, der sein Fundament in den Mythen hat und bis heute natürlich existiert. Und da ist erstmal die Frage, wofür ist der Kaiser eigentlich da? Braucht man den in Japan noch? Warum gibt es den? Warum hat er so lange durchgehalten? Über 2000 Jahre schon. Und auch so ein bisschen die Frage, warum darf es eigentlich keine Kaiserin geben? Warum muss der Kaiser ein Mann sein? In Kapitel 4 schauen wir uns dann an, was sind eigentlich die sogenannten Schreine in Japan? Wie werden die Götter in ihnen verehrt? Wie verhält man sich in so einem Schrein eigentlich? Und wie ist er aufgebaut? Und warum gehen Tag für Tag so viele Japaner in den Schrein? In Kapitel 5 beschäftigen wir uns dann mit den sogenannten Omatsuri, beziehungsweise Festen, die auch oft in Schreinen ausgetragen werden und das teilweise schon seit über 1300 Jahren, wenn nicht sogar noch länger. Diese Feste sind vor allem für den modernen Japaner auch immer noch super, super wichtig. Und da ist natürlich die Frage, warum schleppen die Japaner seit über 1300 Jahren schwere Holzwagen auf ihren Schultern durch die Straßen Japans. Das wird bei so Festen nämlich in der Regel gemacht. Und das schauen wir uns ganz genau an, warum diese Feste eigentlich so wichtig sind und heute auch immer noch veranstaltet werden und heute auch immer noch so eine große Bedeutung haben. Und dann im sechsten und damit auch letzten Kapitel widmen wir uns ein wenig den ungelösten Rätseln und Geheimnissen des modernen, aber auch alten Japans. Ich weiß nicht, ob du wusstest, dass es Pyramiden in Japan gibt, die noch gar nicht so wirklich untersucht sind oder dass es super viele Gräber gibt, von denen man zwar weiß, dass sie existieren, aber bisher niemand archäologisch nachgeguckt hat, was da eigentlich los ist. Auch sind die japanischen Berge voller sogenannter Iwakura, also heiliger Steine, die mehr oder weniger in Vergessenheit geraten sind und jetzt einfach da rumliegen und niemand kümmert sich so wirklich um die, obwohl die wahrscheinlich eine Menge über das Japan von vor tausenden von Jahren zu erzählen hätten. In diesem Kapitel gewinnt man also ein bisschen Einblick darin, welche ungelösten Rätsel es in Japan noch gibt und warum das eigentlich so spannend alles ist und was für mich persönlich auch den Reiz an Japan eigentlich ausmacht. Das war soweit der Inhalt des Buches. Diese sechs Kapitel gibt es thematisch gesehen, aber nicht nur das, sondern es gibt auch noch ein wenig Bonusmaterial, was über das Buch dann eingesehen werden kann und zwar insgesamt fünf Videos, zusätzliche Videos nochmal mit Bildmaterial direkt aus Japan, so dass man zum Beispiel in die Festen genaueren Einblick noch bekommen kann und sich das auch mal anschauen kann und außerdem noch eine Tabelle mit all den Kami- bzw. Göttern, die im Buch vorkommen, damit man eine schöne Übersicht hat und auch weiß, wie die miteinander verstrickt sind, wer da mit wem geheiratet hat und wie die Abstammungslinien sind. Also ich denke, das Zusatzmaterial ist auch nochmal richtig gut, vertieft die Inhalte des Buches nochmal und da bekommt man dann einen richtig schönen Einblick in die japanische Kultur und Gesellschaft und vor allem natürlich auch Mythenwelt. Ich hoffe, dass ich mit dem Video jetzt den Inhalt ein bisschen deutlicher machen konnte und das Interesse natürlich auch wecken konnte. Würde mich sehr freuen, wenn ihr im ersten Link in der Videobeschreibung mal vorbeischaut, das Buch eventuell vorbestellt oder kauft, wenn es schon draußen ist und ein bisschen darin lest. Ich denke, dass es wirklich für jeden Japan-Interessierten ein sehr, sehr gutes Buch ist. Also wenn man Japan und die Japaner besser verstehen möchte, dann ist das eigentlich die Grundlage, würde ich sagen. Und ich denke, ihr könnt den ein oder anderen Japaner, den ihr vielleicht kennt, mit dem Wissen aus dem Buch auch beeindrucken, denn die meisten Japaner beschäftigen sich in der Regel gar nicht so tiefgründig damit. Ist auch interessant. Gehe ich in dem Buch auch drauf ein, warum das so ist. Das soll es auch schon gewesen sein. Vielen Dank, falls ihr euch das Buch schon gekauft habt. Generell immer für die Unterstützung hier auf dem Kanal und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ich von dem einen oder anderen von euch vielleicht ein Feedback dazu bekomme, wie das Buch war, falls ihr es gelesen habt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Lesen.